Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch gerne die Instinct 2 Solar vorstellen. Ich habe jetzt entsprechend schon mal einen Workout gemacht und habe die Uhr schon mal einen Tag getragen, damit ich euch ein paar Daten zeigen kann. Da das Video sehr ausführlich ist, werde ich alles wieder in Kapitel unterteilen. Das heißt, ihr könnt dann je nachdem, was euch interessiert, entsprechenden Kapiteln weiterspringen. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach an. Viel Spaß! Ja, da haben wir das gute Stück. Die Pixelgröße beträgt 176x176 Pixel, beziehungsweise die Uhr ist dann auch 53 Gramm schwer und die Akkulaufzeit wird im Smartwatch-Modus auf 28 Tage angegeben, beziehungsweise dann auf unendlich, wenn das Ganze immer über Solar geladen wird. Wobei man muss sagen, da muss wahrscheinlich optimaler Zustand herrschen. Und wir sehen hier, der Solarpanel ist hier am Rand eingebaut. Das bedeutet, hier schmiegt sich das wunderbar ein in das Uhrendesign. Was die GPS-Zeit angeht, so gibt Garmin hier 30 Stunden GPS-Dauer an bei Aufnahme. Ja, wenn wir uns die Uhr jetzt mal genauer von außen betrachten, sehen wir auch, da hinten ist der Sensor verbaut, der Pulsoximeter, beziehungsweise auch der Herzrückwenzsensor. Wir sehen auch hier, dass es keine Schnellverschlüsse gibt für das Armband. Wenn man das Armband jetzt wechseln will, muss man hier den Stift quasi mit so einer Büroklamme rausnehmen. Man kann dann aber auch so die normalen Quick-Fit-Armbänder, die man zum Beispiel von der Garmin-Uhr kennt, in 22mm hier anbringen und kann hier ganz einfach dann die Armbänder wechseln. Zudem sehen wir auch, dass hier Garmin weiterhin seinen normalen Anschluss nutzt. Also hier ist auch nichts geändert worden. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier so eine Ladestation habt, wie ich zum Beispiel, dann könnt ihr die weiterhin verwenden. Bei meiner Ladestation ist es so, ich kann dann die hier entsprechend anbringen und kann die Uhr nach oben hinlegen und kann die Uhr weiterhin ablesen. Falls euch das interessiert, ich habe das Ganze dann mal in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, dann kommen wir mal zur Uhr selber. Wenn wir jetzt länger auf die obere Taste drücken, kommen wir hier in ein Auswahlmenü hinein und sehen wir hier, wir haben hier so ein kreisförmiges Menü, das wir entsprechend belegen können. Wie wir das Ganze nachher belegen, das zeige ich euch nochmal. Wir können das nämlich das Ganze auch in der App verwalten und dann können wir einmal sagen, zum Beispiel hier die Beleuchtung einstellen oder hier in den DND-Modus zu gehen. Beziehungsweise ihr könnt auch sagen, ihr möchtet zum Beispiel Herzfrequenz senden. Das ist zum Beispiel auch möglich. Was es an der Uhr auch noch gibt, ist zum Beispiel eine Taschenlampe. Wenn wir die jetzt entsprechend auswählen, dann sehen wir hier schon, hier wird einfach das Display ja weiß gestellt beziehungsweise ihr habt dann quasi das Displaylicht, das was euch angezeigt wird. Aber das ist ja wirklich sehr, sehr rudimentär und ja, ersetzt nicht wirklich eine Taschenlampe. Desweiten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, hier einen Timer zu stellen beziehungsweise hier einen Wecker einzustellen oder auch das Ganze, wenn ihr jetzt unterwegs seid, hier eine Musiksteuerung durchzuführen. Dabei wird hier Spotify und Amazon Music beziehungsweise diese unterstützt. Zudem habt ihr da noch die Option, hier zum Beispiel eine Weltzeituhr einzustellen, alternativen Zeitzonen, wenn wir das Ganze jetzt mal hier auswählen. Wir sind übrigens auch immer hier oben. Entsprechend dann das Menü, was ihr auswählen, wird hier angezeigt. Das werden wir nachher auch sehen. Das kommt ja öfters noch vor. Und wenn wir das jetzt auswählen, dann können wir sagen, ich möchte hier zum Beispiel neue Zone hinzufügen. Können wir jetzt zum Beispiel sagen, wenn ihr jetzt hier viel unterwegs seid, geschäftlich, zum Beispiel hier in Nordamerika. Können wir das entsprechend auswählen und dann können wir sagen, okay, ich bin jetzt hier öfters in Dawson's Creek. Hat mit der Serie wahrscheinlich jetzt nichts zu tun, kenne ich jetzt nicht, aber ich will es jetzt einfach mal aus. Dann sehen wir jetzt hier schon, nein, ich möchte es nicht umbenennen. Ich möchte es einfach behalten und dann habe ich hier entsprechend die Zeitzone hinterlegt und kann dann immer gucken, wie entsprechend die Uhrzeit hier ist. Klassisch haben wir bei GAMI natürlich die Möglichkeit, auch Display Designs zu ändern, beziehungsweise diese im Connect IQ Store herunterzuladen. Da müsst ihr einfach in die App hineingehen, die Uhr entsprechend auswählen, falls ihr mehrere Uhren habt und dann könnt ihr euch hier welche raussuchen. Die Display Designs der Instincts sind noch etwas begrenzt. Dadurch dieses eigenwillige Design, das wir natürlich haben, hier mit diesen zwei Displays. Wenn ihr jetzt länger auf die mittlere Taste drückt, kommt ihr auf Display Design hinein. Dann könnt ihr das entsprechend hier auswählen und dann kann man hier einmal durchklicken, dann sieht man einfach, ja, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe ein paar runtergeladen, passende GAMI Standards und so könnt ihr das entsprechend auswählen und sagen, hier, das möchte ich jetzt haben, anwenden und dann habt ihr es entsprechend angewendet. In der Open Word wird es gerade bestätigt und habt ihr zum Beispiel hier, statt jetzt Schritte, sind jetzt hier zum Beispiel Sekunden hinterlegt. Manche Display Designs könnt ihr auch selber einstellen, beziehungsweise umstellen und so könnt ihr dann eure Uhr etwas individualisieren. Eine große Stärke der GAMI in uns sind natürlich die Widgets, die es gibt und die sieht man, indem man hier unten auf die untere Taste drückt, kommt man hier schon rein. Ich habe es jetzt schon ein bisschen umsortiert, das heißt, wenn ihr jetzt zum ersten Mal die Uhr startet, kann es sein, dass es euch ein bisschen anders sortiert ist. Wir haben hier zum Beispiel hier mal die Solarintensität, da kann man reinschauen, wie das Ganze entsprechend hier mit der Solarladung aussieht und wir sehen jetzt hier, ich war jetzt nicht viel draußen, beziehungsweise es hat zwar Sonne gestiegen, aber es war jetzt nicht so, dass es jetzt hier extrem viel gebracht hätte und da ist natürlich auch die Frage, inwieweit es in unseren Breitengraden hier in Europa, Mitteleuropa, das Ganze, ja, was bringt, weil nur so richtig aufladen funktioniert auch nur unter Optimalverlager Bedingungen, das muss man einfach mal im Sommer testen, wie effizient das Ganze ist. Ich habe da noch keine Erfahrungswerte, weil das meine ersten Solarunnen von Garmin sind, aber hier könnt ihr dann schon mal eine Statistik sehen, wann irgendwie ihr eingespeist habt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier das Wetter anzeigen zu lassen. Beim Wetter ist es so, das Ganze muss dann immer mit Garmin Connect synchronisiert werden. Ihr bekommt hier auch ein paar Details, wenn wir jetzt in das Widget hineingehen, sehen wir auch schon mal hier, ja, die Temperatur, dann die Windrichtung, dann die gefühlte Temperatur, ganz unten steht diese, dann Luftfeuchtigkeit, beziehungsweise ihr bekommt hier auch so eine kleine Wetterprognose angezeigt. Und hier oben sind wir jetzt übrigens auch gerade, jetzt ist sieben Grad. Und dann sehen wir noch mal die täglichen Aussichten, die es gibt, beziehungsweise hier dann ein zwölf Stunden Trend, was die Temperatur angeht und die Regenwahrscheinlichkeit. Also wenn jetzt hier Regenwahrscheinlichkeit wäre, würde hier noch so ein Balken auftauchen. Die sind jetzt natürlich nicht da, weil wir keine Regen, also keine Wahrscheinlichkeit haben für Regen. Und dann bekommen wir zu guter Letzt noch die Luftqualitätsindex. Da ist es aber gerade nicht synchronisiert. Daher bekomme ich jetzt auch noch nichts angezeigt. Ein weiteres Widget, was wir hier haben, ist hier der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das ist vor allem sehr interessant, wenn man jetzt in den Bergen unterwegs ist oder im Wald unterwegs ist und jetzt nicht direkt das sehen kann. Wenn wir hier hineingehen, bekomme ich jetzt auch eine Anzeige, wann Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist, beziehungsweise unten auch die Dämmungszeiten. Und das ist für mich eigentlich fast noch entscheidender als Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da ist dann hier auch wirklich faktisch dunkel. Dann haben wir natürlich noch die klassischen Widgets, wie jetzt zum Beispiel Schritte oder Etagen. Also hier ist auch ein barometrisches Hüllmesser verbaut. Dann habe ich hier ein ganz normales Schlaftracking. Und wenn wir hier reingehen, bekomme ich auch ein paar Details angezeigt, wie das Ganze ist. Also wer Garmin Uhren kennt, sieht man jetzt, dass es natürlich hier farblich nicht ganz abgegrenzt ist, weil er halt natürlich nur schwarz und weiß zur Verfügung steht, beziehungsweise ja so ein Grauton. Aber ich bekomme trotzdem hier eine kleine Auflistung. Also man kann das eigentlich doch gut erkennen. Ich weiß nicht, ob der Kamera das so gut rüberkommt. Dann kann ich sehen, weil meine Wachphasen waren, REM-Phasen etc. Und so bekomme ich eine kleine Auswertung meines Schlafs. Der Schlaf wiederum ist wichtig für die Body-Battery, die es gibt, weil hier wird auch die Body-Battery gemessen. Jetzt ist kein Wetter, aber ich die Uhr jetzt nicht direkt anhabe. Und wenn wir jetzt mal hineingehen, sehen wir hier, wir sehen hier den Tagesverlauf, wie das Ganze ist, beziehungsweise ich habe hier auch eine Stressanzeige. Also Stress heißt, wenn jetzt der Körper, ja der Herzschlag etwas höher geht oder wenn jetzt da ja viel unter Strom steht, in Anführungszeichen, auch bei der Arbeit. Ich bin immer wieder erstaunt, ich trage jetzt schon lange Garmin-Uhren, dass auch tatsächlich, wenn Stress auf der Arbeit ist, auch jetzt nicht körperlicher Stress, sondern auch jetzt hier, ja ich bin viel im Trading und da ist alles manchmal doch ein bisschen etwas aufregender, gerade jetzt in den heutigen Zeiten im Energiemarkt. Ich bin im Energiemarkt tätig. Da war das doch sehr auffällig, dass auch gerade wo es dann heikel zuging, das entsprechend auch auf Du angezeigt wird. Das finde ich eine sehr spannende Sache und hier habt ihr dann immer einen Überblick, wie dann entsprechend hier der Akkuverlauf des Körpers ist und wie ihr dann eure Training gestalten könnt, beziehungsweise auch hier das tägliche Training greift ja auch so ein bisschen auf diese Werte zurück. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist natürlich die Kalorienmessung. Wir haben dann hier eine Auflistung der Ruhekalorien beziehungsweise Aktivkalorien. Das bedeutet, wenn ihr jetzt viele Workouts macht, also laufen geht, dann habt ihr natürlich mehr Aktivkalorien, aber es ist natürlich auch ein Grundverbrauch da, ein Basisverbrauch und dieser wird dann entsprechend ermittelt anhand des Herzfrequenz. Hier muss immer darauf geachtet werden, dass aber natürlich dann eure Daten bei Garmin Connect richtig hinterlegt werden, damit diese Daten auch korrekt berechnet werden können. Als weiteren Punkt hätten wir hier zum Beispiel auch den Trainingszustand. Wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt hier aktuell Formaufbau, ich habe jetzt angefangen, wieder so ein bisschen Trainingsplan zu machen. Wenn wir jetzt hier reingehen, dann kommen wir auch so eine kleine Übersicht, wie mein Fitnesslevel ist, meine Belastung. Ich bekomme so eine Übersicht, wie mein VO2 Max ist. Ja, die Uhr misst auch VO2 Max. Und ich bekomme eine kleine Übersicht, wie mein Trainingsload ist. Den bekomme ich einmal in der App angezeigt, aber auch direkt auf der Uhr und dann kann ich hier direkt sehen, wie ich mich im Bereich bewege. Ich habe momentan hier ein Trainingsload von 501 in den letzten sieben Tagen und optimal wäre 226 bis 484. Das bedeutet, ich bin jetzt ein bisschen drüber, baue es meine Form aus und optimal wäre natürlich hier zwischen 226 und 484 zu bewegen. Und ich habe natürlich dann hier auch noch eine Erholungszeit, die entsprechend nach einem Workout berechnet werden. Das hängt natürlich dann von Intensitätsworkouts ab. Mein Workout war jetzt mehr als 24 Stunden her. Ich hatte 27 Stunden Erholungszeit, ist natürlich jetzt null, aber so würde hier die Uhrzeit stehen, beziehungsweise nicht die Uhrzeit, sondern die Stunden, wie lange ihr dann eure Ruhepause noch einhalten solltet. Wenn wir jetzt im Bereich Training bleiben und kommen wir dann hier auf VO2max-Werte, die bekomme ich hier nochmal angezeigt, wir hatten ja oben gerade schon mal gesehen, aber hier ist auch nochmal enthalten. Da bekomme ich jetzt die Anzeige, wie mein VO2max aktuell ist. Das sehen wir hier, gestern ist verbessert worden, ich habe einen Intervall gemacht und dann sehen wir hier meinen Laktatschwellenwert, beziehungsweise ich bekomme hier auch tatsächlich eine Laufprognose angezeigt. Das kennen wir jetzt auch schon von der Phoenix 7. Also hier sehen wir dann hier eine Kurve der letzten vier Wochen, was jetzt bei meiner Distanz von fünf Kilometern hier entsprechend für eine Zeit gemessen wird. Wir sehen hier, meine Form hat sich verbessert. Ich war vorhin hier 26 Minuten, hier sind es 25. Das heißt also, hier ist dann 24, dass das entsprechend besser geworden ist. Ich kann hier auch nochmal durchswitchen. Wenn ich hier oben durchgehe, bekomme ich das Ganze für 10 Kilometer angezeigt. Also das sehen wir jetzt einfach hier oben angezeigt. Und wenn ich jetzt weitergehe, bekomme ich es auch für Halbmarathon. Und da sehen wir auch schon eine Sache, was mich hier ein bisschen bei den Uhren stört. Und das stört mich jetzt nicht nur bei dieser Uhr, sondern auch bei allen Garmin-Uhren, die jetzt neu herausgekommen sind, dass hier nicht alles übersetzt worden ist. Beziehungsweise hier bekomme ich nicht Halbmarathon angezeigt, sondern Meilen. Also 13,1 Meilen beziehungsweise 26,2 Meilen ist dann Marathon. Und ich bekomme hier dann entsprechend nochmal die Vorhersage angezeigt. Also hier 4 Stunden 55 wäre meine Vorhersage dafür. Und dann sehen wir hier, dass sich das auch entsprechend über die Zeit verbessert hat, weil mein Training sich verbessert hat. Als weiteren Punkt haben wir dann hier noch die 24-7-Hertz-Regenz-Messung beziehungsweise Impulsoximeter. Also beides ist hier in der Uhr verbaut. Impulsoximeter könnt ihr auch einstellen, wann er messen soll, ob er jetzt nur abends messen soll, beim Schlafen oder auch den ganzen Tag oder gar nicht. Dann habt ihr natürlich noch so klassische Funktionen wie einen Kalender. Also hier würden jetzt zum Beispiel Termine auftauchen, wenn ihr jetzt einen Termin habt. Wenn wir jetzt mal reingehen, sehen wir uns hier, ich sehe hier nur meinen vorgeschlagenen Workout. Übrigens auch hier sehen wir wieder, das Ganze ist nicht übersetzt. Das ist mein vorgeschlagenen Workout. Finde ich, wie gesagt, schade, dass hier nicht entsprechend alles übersetzt worden ist. Aber wenn ihr jetzt hier zum Beispiel einen Kalender habt und da ein entsprechender Eintrag ist, würdet ihr hier auftauchen. Dann haben wir noch hier die Benarrichtigung. Die Uhr bietet auch die Möglichkeit, hier sich Smart Notifications anzeigen zu lassen. Und dann sehen wir jetzt hier einfach die entsprechenden Meldungen, die ich jetzt auf der Uhr habe, jetzt von Komoot zum Beispiel. Wenn wir dann mal entsprechend reingehen, sehen wir hier, bekomme ich so eine kleine Anzeige. Meistens sind es eher so drei, vier Zeilen, die angezeigt werden. Das heißt also, wenn jetzt eine WhatsApp-Nachricht kommt, wird die nicht automatisch komplett angezeigt. Dann habt ihr hier ein ABC-Widget. Das ABC-Widget beinhaltet mehrere Sachen. Einmal ist es natürlich der klassische Kompass, der hinterlegt ist. Oben haben wir die Gradzahlen angezeigt. Dann habe ich hier ein Höhenmesser, der hier entsprechend angezeigt wird. Und ich habe hier auch einen barometrischen Höhenmesser. Und wir sehen jetzt hier schon, hier ist so ein kleiner Sprung drin. Ich habe das nämlich kalibriert. Also ich empfehle das Ganze auch immer wieder zu kalibrieren. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst hier entsprechend hier auf die mittlere Taste, länger draufdrücken. Dann kommt ihr hier auf die Option hinein. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und dann könnt ihr hier sagen, Höhenmesser kalibrieren. Und dann wird das Ganze auch entsprechend kalibriert. Beziehungsweise ihr könnt auch die Autokalibrierung anmachen. Ich empfehle aber immer, wenn ihr in die Berge geht, entsprechend das Ganze hier nochmal neu zu kalibrieren. Da ja der barometrische Höhenmesser mit dem Luftdruck arbeitet. Und wenn hier ein großer Unterschied ist im Luftdruck, dann kann es hier zur Verschiebung kommen. Beziehungsweise wenn auch ein Unwetter aufzieht, kann es auch passieren, dass dann entsprechend die Höhenbewertung beziehungsweise die Höhenmessung und so einen kleinen Fehler aufweist. Des Weiteren habt ihr auch noch die Möglichkeit, wenn ihr hier jetzt auf den Barometer geht, hier reingeht, dann entsprechend auch noch eine Unwetterwarnung einzustellen. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Da kann ich sagen, hier Status einschalten. Und dann kann man hier sagen, zum Beispiel hier 4 mB. Ich habe immer 5 mB drin stehen gehabt, da ich da mal Anweisungen gekriegt habe, die gar nicht gestimmt haben. Aber 5 mB haben sich da so als gut erwiesen. Das bedeutet, wenn es jetzt innerhalb von 3 Stunden 5 mB Truffdruckänderung gibt, dann wird entsprechend hier eine Unwetterwarnung rausgegeben. Beziehungsweise die Uhr meldet sich dann und sagt hier Unwetterwarnung. Was bei der Uhr neu hinzugekommen ist, auch der Herzsnapshot. Das sehen wir jetzt eigentlich bei allen Garmin-Uhr, die neu rausgekommen sind. Hier könnt ihr euch entsprechend nochmal kurz ein Snapshot machen, eure Gesundheit, also ein kleines Foto oder wie auch immer das bezeichnen möchte. Hier wird dann entsprechend alles gemessen, das heißt durch den Schnellherzfrequenz, Blutsauberstoff, Atemfrequenz, Stresslevel, also die ganzen Sachen werden hier nochmal gemessen. Da könnt ihr dann entsprechend auch einen Vergleich machen, wenn ihr das jeden Tag zur selben Zeit macht, um hier dann zu sehen, ob ihr euch verbessert oder verschlechtert. Was ich mir hier noch anzeigen lasse, ist zum Beispiel hier mein wöchentliches Workout, was ich gemacht habe, also die letzten Workouts. Das war zum Beispiel jetzt gestern Laufen mit Intervall. Da können wir einfach mal reingehen, wie das Ganze hier aussieht. Wir sehen einmal die Stunts, die Pace, die ich gemacht habe. Dann kann ich hier mal ins Detail reingehen. Dann sehen wir einmal hier alle Statistiken kann ich nochmal anzeigen lassen. Da bekomme ich einfach nochmal aufgelistet, wie sich der Lauf entsprechend hier die Daten, die es gegeben hat. Wir sehen auch hier, ich habe hier einen roten Halm-Brustgurt getragen. Das heißt, hier werden auch Bodenkontaktzeiten und vertikale Bewegungen dann gemessen, wenn ihr den entsprechenden Gurt anhabt. Also das heißt, die Uhr unterstützt das entsprechend auch. Beziehungsweise, ich bekomme jetzt auch hier nochmal einen Trainingseffekt angezeigt, der mir dann sagt, was mir hier dieses Workout gebracht hat. Was die Uhr zudem noch anbietet, also wenn ihr das Handy dabei habt und entsprechend die Kontakte verweiltet habt, ich verlinke euch das Ganze auch mal als Video. Ich habe nämlich mal zum Live-Track eins gemacht. Also die Uhr unterstützt einmal Live-Track, aber auch Notfallkontakte. Ich verlinke euch die, wie gesagt, mal oben. Dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt unterwegs seid und ihr werdet bedroht oder es ist irgendwas, dann könnt ihr hier oben links drei Sekunden auf die Taste drücken. Dann kommt ihr erst mal in das Menü hinein und dann sehen wir auch gleich, hier werden entsprechend die Notfallkontakte alarmiert. Also wir sehen jetzt hier, Hilfe-Alarm wird gesendet und dann sendet die Uhr jetzt automatisch in Hilfe-Alarm. Jetzt wird die Position abgerufen, natürlich hat er jetzt keine und dann wird es entsprechend per Handy an die Kontakte verschickt, die ich dann habe. Das Wichtigste bei der Uhr sind natürlich die Sportaktivitäten, die es gibt. Und wenn wir oben links auf den Knopf gehen, dann kommen wir hier in die Aktivitäten rein. Und dann sehen wir jetzt hier, ich habe hier so meine Favoriten mal eingelegt. Ich habe hier zum Beispiel Laufen bzw. Gehen, Cradle-Bike, Mountainbike, Indoor-Rad, habe ich mir jetzt ausgewählt. Ihr könnt auch Yoga machen, Wandern ist natürlich möglich, da habt ihr dann andere Anzeigen. Beziehungsweise hier ist dann auch der Hair-Snapshot, den ihr machen könnt. Und dann könnt ihr eine Flächenberechnung machen. Ich blende euch das mal ein. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr startet hier die Aktivität, dann lauft ihr einfach die Fläche ab, die euch interessiert und dann werden dann auch entsprechend die Quadratmeter ermittelt und können dann entsprechend hier ohne Probleme gucken, wie groß euer Garten ist oder was euch da auch gerade interessiert. Neben den Favoriten habe ich auch die Möglichkeit hier runter zu gehen. Dann gibt es einmal zum Beispiel das Navigieren. Da werdet ihr, je nachdem was ihr einstellt, könnt ihr einmal nur mit dem Kompass navigieren, beziehungsweise ihr könnt eure Strecken planen über Kumu zum Beispiel und diese dann hier auf die Uhr spielen und dann könnt ihr eine Strichnavigation durchführen. Es ist aber keine Möglichkeit jetzt zu sagen, ich möchte hier nach Karte laufen. Es ist wirklich eine reine Strichnavigation. Ich werde das Ganze aber gerne mal testen, beziehungsweise ich werde es testen. Also lasst auch gerne ein Abo da, damit du es nicht verpasst. Dann haben wir noch den Expeditionsmodus, der ist dafür gedacht, dass wenn ihr längere Tage unterwegs seid, ja entsprechend hier die Uhr ein bisschen schon vom Akku her. Also das heißt, Herzfrequenzmessung ist abgestaltet, die Verbindung zum Handy ist abgeschaltet und die GPS-Daten werden nur einmal in der Stunde aufgenommen und so könnt ihr dann halt tatsächlich mehrere Tage euren Weg tracken. Auch ihr habt dann die Möglichkeit entsprechen, wenn ihr auf das Bus geht, hier noch Aktivitäten hinzuzufügen. Natürlich habt ihr hier dann die Multisportfunktion, also wie Triathlon zum Beispiel, auch Trail-Brand, Laufband. Also wir sehen hier, hier wird einiges angeboten. Es gibt dann auch die E-Bike-Möglichkeiten, also wenn ihr E-Bike-Fahrt, Cycle-Cross, also wir sehen hier eine Hülle und Fülle. Hier unten kommen wir dann auch neben Schwimmen dann auch noch zu Skifahren, Snowboarden hinzu und ihr habt hier entsprechend hier die Möglichkeit, das Ganze auszuwählen. Aber ihr könnt das Ganze dann auch nochmal entsprechend hier in der App verwalten. Ja, wenn wir uns in Garmin Connect hineingehen, sehen wir schon, der Alarm, den wir jetzt gerade ausgelöst haben, ist hier hinterlegt. Dann sehen wir nochmal meinen Snapshot, den ich gemacht habe. Können wir uns noch die Daten nochmal genauer anschauen. Beziehungsweise ich sehe jetzt hier dann auch nochmal alle Daten, die wir schon auf der Uhr gesehen haben, hier, was mein Trainingszustand ist, dann meine Body Battery, beziehungsweise Stresslevel, Schritte, den Kalorienverbrauch und so habt ihr nochmal eine kleine Übersicht mit den Daten, die wir schon auf der Uhr gesehen haben. Wir haben in Garmin Connect dann auch die Möglichkeit, hier die Uhr direkt einzustellen. Da gehen wir einfach hier oben auf die Uhr und dann bekommen wir jetzt hier schon eine Übersicht. Einmal haben wir hier die Einrichtung, können wir abschließen und da sehen wir auch, dass zum Beispiel hier Garmin Pay verwendet wird. Leider werden nicht so viele Banken in Deutschland unterstützt. Dann kann ich hier im Connect IQ Store das Ganze direkt verwalten, beziehungsweise wird hier empfohlen, da hat man vorbeizuschauen. Da werden ja Sachen angeboten. Dann kann ich hier meine Sicherheitsfunktion einstellen und die Grundeinstellung. Aber ich habe jetzt hier auch die Option, bei meinen Aktivitäten zum Beispiel, wenn ich jetzt hineingehe, nicht die Aktivitäten direkt über die Uhr zu verwalten, nein, ich kann die jetzt entsprechend auch hier über die App verwalten. Ich zeige es euch jetzt nur mal in der App. Da sehen wir jetzt hier zum Beispiel, wenn ich ins Laufen hineingehe, habe ich hier die Möglichkeiten, meine Trainingsseiten einzustellen. Das Ganze kennen wir eigentlich jetzt nur von der Epyx 2 beziehungsweise von der Phoenix 7. Aber das geht auch mit der Solar Instinct 2. Kann ich hier entsprechend reingehen und sagen hier, ich möchte zum Beispiel auf meinem Datenfeld, was jetzt der Timer hat, ein anderes Datenfeld haben und dann kann ich hier zum Beispiel Laufeffizienzfelder einstellen lassen oder Höhenfelder. Wenn wir zum Beispiel jetzt in Höhenfelder reingehen, sehen wir hier, hier gibt es dann nochmal ein großes Untermenü, wo ich mal entsprechend die Sachen auswählen kann, die ich mir hier anzeigen lassen möchte. Und wie ich schon erwähnt habe, ich habe jetzt zum Beispiel Laufeffizienzfelder selber eingefügt. Die Uhr unterstützt das Ganze entsprechend mit dem Garmin Brustgurt. Ich kann hier unten auch mal auf Plus gehen und kann auch sagen, ich möchte zum Beispiel einen virtuellen Partner hinzufügen, eine Karte und Kompass oder ein Benutzer definiertes Feld. Das ist ja so ein Datenfeld. Wenn ich da reingehe, kann ich auch sagen, ich möchte hier zum Beispiel übereinander Quadrate. Also wie ich das möchte, bis zu fünf Feldern sind hier möglich. Und wenn ich das entsprechend ausgewählt habe, kann ich dann sagen, hier auf Speichern. Und dann bekomme ich das Feld hier unten angezeigt. Ich habe jetzt nichts ausgewählt, deswegen ist nichts da. Beziehungsweise wenn ich es löschen will, gehe ich einfach wieder auf Bearbeiten und sage dann hier entsprechend das Feld löschen, Entfernen. Und dann habt ihr das entsprechende Feld auch entfernt. Und bei den nächsten Synchronisationen ist dann entsprechend das Datenfeld eingestellt. Wenn ich dann nach unten scrolle, gibt es dann auch die Möglichkeit, die GPS zum Beispiel einzustellen. Wir haben hier jetzt GPS-Clone-NAS drin, aber es gibt auch GPS-Galeo oder nur GPS beziehungsweise Ultra-Track. Ultra-Track bedeutet einfach, dass hier weniger GPS-Daten gesammelt werden. Auch hier wird dann wieder entsprechende Energie gespart. Das Ganze habe ich dann auch für jede Aktivität, die ich hier zur Verfügung habe. Dann habe ich hier eine Möglichkeit, die Darstellung einzustellen, wie ich eingangs erwähnt habe. Wir können zum Beispiel hier sagen, auch die Übersichten. Da können dann entsprechende Widgets angezeigt, die wir vorhin angeschaut haben. Die kann ich mir dann entsprechend hier einstellen, wie ich das möchte. Ich kann die einmal hier neu anordnen. Dann können wir einfach hier draufgehen und dann können die dann entsprechend hier verschieben. beziehungsweise ich kann dann auch hier entsprechend Widgets hinzufügen. Und wir sehen auch bei der Uhr, dass das entsprechende VIAB beziehungsweise InReach und auch Xero unterstützt wird. Dann habe ich auch noch die Möglichkeit, die Steuerung einzustellen. Das war dieses Kreismenü. Und wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir auch nochmal, hier ist es entsprechend aufgeführt. Alles, was wir hier oben sehen, ist dann entsprechend im Kreismenü aktuell zu sehen. Und hier unten, wenn wir noch die Möglichkeit nicht einstellen können, ja, ich könnte mir dann entsprechend Positionen speichern oder eine Stoppuhr einfügen und können das hier entsprechend verwalten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte hier die Taschenlampe nicht haben, weil ich das jetzt für Blödsinn halte, gehen wir aufs Minus. Und dann kann ich mir zum Beispiel sagen, ich möchte dann lieber den Kompass auf dem Schnellmenü haben. Und dann ist hier oben dann entsprechend der Kompass eingefügt. Dann haben wir zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, die Sensoren einzustellen. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte Herzfrequenz am Handgelenk ausschalten beziehungsweise ein Pulsoximeter. Sollte nur beim Schlafen tracken beziehungsweise dann doch den ganzen Tag. Also das könnt ihr euch dann hier individuell einstellen. Da habt ihr jetzt dann eigentlich, müsst ihr nichts mehr auf der Uhr machen. Das ist viel bequemer, als das alles entsprechend auf der Uhr einzustellen. Dann kommen wir noch zum Power Management. Da kann man mal reingehen. Dann sehen wir jetzt hier den Energiemodus beziehungsweise Energiemodi, die wir gerade gesehen haben. Zum Beispiel maximal Akku. Das bedeutet hier waren 70 Stunden. Dann könnt ihr das entsprechend hier auch einstellen. GPS auf Ultratrack wäre das hier. Zum Beispiel Telefon wäre getrennt. Karte ist deaktiviert. Also hier könnt ihr dann nach Belieben das Ganze einstellen. Dann kommen wir zum letzten noch, das System. Und dann sehen wir jetzt einmal hier, wir können hier die ganzen normalen Standardsachen einstellen. Also Zeit, Sprache und so weiter. Was noch interessant ist, der Physio TrueUp. Hier werden dann entsprechend die Daten synchronisiert. Also wenn ihr mehrere Garmin-Geräte habt, werden die dann auch miteinander synchronisiert. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel ein Edge-Gerät habt, dann werden die Trainings-Statis, also beziehungsweise Trainings-Lot und so weiter synchronisiert. Dann habt ihr das immer alles auf einem Stand. Und dann habt ihr hier bei der Datenaufzeichnung, das habe ich immer auf jede Sekunde. Das bedeutet, hier werden die GPS-Daten jede Sekunde abgerufen und nicht intelligent. Intelligent bedeutet, Garmin entscheidet selber, wann er die Daten nehmen möchte. Bei jeder Sekunde habt ihr dann auf jeden Fall gewährleistet, dass auch jede Sekunde das Satellit abgelesen wird. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck der Garmin Instinct 2 Solar geben. Wie gesagt, ich werde die Uhr jetzt nochmal entsprechend testen. Ich werde auch ein Video zum Beispiel zur Navigation machen. Falls sich noch mehr Videos rund um Garmin interessieren, ich habe eine Playliste hier, sind alle Garmin-Videos hinterlegt. Beziehungsweise, wenn dich hier zum Beispiel die Fenix 7 interessiert, ich habe hier oben mal ein Review der Fenix 7 gemacht mit allen Neuerungen, die es gibt. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, schau doch einfach mal hier unten auf der Playliste vorbei, da siehst du alle Videos, die hier so rund um meinen Kanal gedreht wurden. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ansonsten wünsche ich alles Gute, passt auf, bleibt gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.